So will auch euer himmlischer Vater nicht, dass einer von diesen Kleinen verloren geht, aus dem kleines vom verlorenen Schaf 99 zurückzulassen und dem einen nachzugehen. Das kleine Schaf bin auch ich. Und Gott hat Interesse an mir, an meiner Kleinheit, an meiner Kleinlichkeit manchmal. An dem, wo ich ganz klein bin, wo ich mich manchmal schäme, wo ich manchmal denke, ich komme aus diesem Kleinsein gar nicht heraus. Daran hat Gott ein festes Interesse. Nicht am Großen, am Großartigen, sondern an diesem Kleinen. Und das ist für mich ein großer Trost und Zuspruch, dass ich zu diesen Kleinen gehören darf und dass Gott Acht auf mich hat. Dass Gott mir aber auch Achtung erweist und mir vielleicht dem einen nachgeht, dass ich das Leben gewinnen und 99 zurücklassen kann. Eine trostvolle und wunderbare Botschaft in diesem Advent. Aber nicht nur in diesem Advent, sondern auch alle Tage meines Lebens mit Gott. Seien Sie gesegnet im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.